Nochmal ganz doll, dass Kätzchen jemanden angeht. Ja! Super! Super! Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme einfach wieder mit durch meinen Haar. Ich hoffe, das wird heute was mit Filmen. Wir können es hören. Weil Frida redet immer dazwischen und sobald sie anfangen zu reden, fängt sie auch an zu reden. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Phase. Ich habe jetzt gerade meinen Haushalt geschmissen. Ja. Mhm, aber filmt. Das ist so süß, ne? Nicht wundern, wie mein Pulli aussieht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Überall so ein paar Brei-Flecken. Frida hat nämlich gelernt, beim Brei-Essen zu machen. Ich war heute Morgen schon in der Stadt mit Frida. Wir haben einen kleinen Bummel gemacht. Ich wollte euch einfach auch mal noch die Ausbeute zeigen. Jetzt habt ihr euch gewünscht auf Instagram. Ich war im H&M und im Ernstlings Family. Ein paar Sommersachen shoppen. Drei Kindern ist es immer eine Katastrophe. Ne? Leona und Pauline wachsen so schnell. Frida kann noch von Pauline die Sachen anziehen. Hier. Gucke mal. Das war übrigens in einem Geschenk von der Community Tour von euch. Total cool. Ich dachte erst, oh je, wenn das aufgeht. Aber das ist mit Heißkleber zugemacht. Deswegen mache ich mir keine Gedanken, dass es aufgeht. Guck mal bitte, wie schön das aussieht. Ich spiele da sogar auch noch manchmal abends mit. Mich beruhigt das total. Zuzusehen, wie die Sachen darin rumschwirren. Und Frida mag das auch voll. Geht nach dem Löffel in der Hand. Kaut er noch ein bisschen rum hier. Ja, cool, ne? Ich habe gerade die Küche erledigt. Das ist leider ein bisschen zu schwer noch, ne? Und gleich kommt meine Friseurin. Die macht mir wieder die Haare hübsch. Denn der Ansatz kommt wieder durch. Und dann sieht das gleich wieder alles viel frischer aus. Ich muss euch was zeigen. Das ist eine fette Empfehlung von mir. Und zwar wollte ich euch diese coolen Boxen noch zeigen. Die habe ich von Douglas zugeschickt bekommen in Kooperation. Dankeschön dafür an dieser Stelle. Am Sonntag am 13. Mai ist Muttertag. Und deswegen habe ich eine richtig coole Geschenkidee für euch. Ihr könnt gerne einfach mal auf der Douglas Homepage schauen. Dort findet ihr verschiedene Boxen. Zum Beispiel gibt es noch Beauty-Programm. Oder Perfekt Night Out. Die Box finde ich auch mega cool. Das sind die Beauty Minis für unterwegs. All das, was natürlich in einer Frauenhandtasche nicht fehlen darf. Ich habe jetzt Youth Power und Beauty Together. Und ich möchte gerne Beauty Together mit euch zusammen unboxen. Für die Tochter und für die Mama. Unten steht immer beschrieben, was drin ist. Und wir schauen jetzt einfach mal zusammen rein. Ich bin selbst sehr gespannt. So, wir schauen mal, wie süß das aussieht. Mit dem Herz in der Mitte. Da stehen auch Nummern drauf. 1, 2, 3 und 4. Total süß schon mal verpackt. Das wären dann jetzt die zwei Gesichtsmasken. Eine Aqua Focus und eine Age Focus. So, dann machen wir zwei weiter. Das sieht so aus. Dann werde ich mir auf jeden Fall mit meiner Mama einen schönen Beauty-Tag machen. Ich finde die Idee mega. Hier haben wir die Hydrogel-Masken. Die Nummer 4. Und das letzte, das Herz. Was ist da drin? Ach, wie süß. Thank you. Der kann wahrscheinlich noch eine Nachricht hinterlassen. Oh nein, wie süß ist das denn? Eine super süße Muttertags-Geschenk-Idee. Guckt mal. Frieda räumt derzeit alle Kisten aus. Das macht am meisten Spaß. Deswegen räume ich das mal wieder ein. Er kann sie gleich weitermachen. Ja, Mama kommt sofort. Ja, und die Bausteine, die klappen halt auch schön laut, ne? Macht besonders Spaß. Du bist jetzt im sechsten Schub, die Frieda. Guck mal her, mein Schatz. Guck mal her. Den Löffel kriegt Mama sonst zu gefährlich. Oh, die erste Fliege haben wir im Haus. Der Alex kommt jetzt auch gleich von der Schule. Der hat in zwei Wochen Prüfung. Der ist nur am Lernen. Der ist so eingespannt. Ich leg die Kinder abends immer schlafen und er ist nur am Lernen bis in der Nacht. In der Nacht merke ich irgendwann, er kommt ins Bett gehuscht. Ne? Da haben wir die Muskelkarte in den Oberschenkeln. Von dem Workout. Guck mal. Seht ihr das? So stolz, ne? Wie kommst du jetzt da hin? Aha. Guck mal, guck mal. Ja. Frida lernt langsam zu robben, ne? Ja. Ja. Und wie sie sich hochdrückt. Und sie geht in den Vierfüßchen, aber sie rutscht weg und dann robbt sie nach hinten. Du machst das toll. Super. Ja. Du kommst überall jetzt dran, ne? Ja? Ja? Übrigens, Leona hat heute Nacht ganz schlecht geschlafen und hatte Angst. Der Papa ist in der Nacht hoch und hat dem Eisbären seinen Pulli angezogen und meinte, das ist der beschützte Eisbär. Der Papa beschützte Eisbär. Leona hatte keine Angst mehr und hat ganz friedlich bis heute Morgen geschlafen. Und jetzt wieder alles unordentlich machen. Kein Problem. Ich zeig euch jetzt gleich noch kurz die Fashion-Ausbeute. Ich wollte übrigens wieder mal mehr reine Haul-Videos drehen. Damit habe ich angefangen auf YouTube. Irgendwie habe ich da voll Bock drauf. Ich glaube, ich werde es einfach machen. Auch wenn ich weiß, dass es nicht gut geklickt wird, aber es macht mir Spaß. Hier ist meine Mega-Ausbeute. Ich habe sehr viel für die Kinder gekauft, weil aus den Sommersachen von letztem Jahr sind die rausgewachsen. Ich habe auch ein paar Sachen bei Ernst & Family im Sale gefunden. Ich wasche dann nur einmal über die Waschbecken mit klarem Wasser ausspülen. Guckt mal, ne? Das passiert, wenn man Kinder hat. Und der Klodeckel ist wieder oben. Ich hasse das. Es gibt doch so sicherlich einige Dinge bei euch, die euch auch aufregen, oder? Im Haus. Solche Flecken sehen halt nicht schön aus. Dann gehe ich einmal mit dem Altsleck drüber fertig. Dann gehe ich das schnell. So, ich glaube, das Licht hier ist ganz nett am Fenster. Frieda spielt, aber Mama soll immer dabei sein. Deswegen fangen wir auch direkt an mit der Fashion-Ausbeute. Ihr könnt diesen Haul überspringen. Ich wende euch wieder die Zeit ein. Wie gesagt, ich war bei Ernst & Family. Ich sitze auf dem Tammen und warte. Ich habe viel für Pauline gekauft und für Leona. Für 4,99 in 128 dieses Shirt für Leona. Ich fand das total süß. Ein bisschen schlichter, dunkelgrau mit Blumen und so einem Diamanten drauf. Fand ich ganz schön. Hier ist eine Fliege. Lasst euch nicht von ihr stören. Dann für 7,99 und 134 dieses Khaki Shirt. Fand ich total süß. Unten ist so ein kleiner Knoten drin. In der Größe 104 für die Pauline. 104, überlegt mal. Für 5,99. So ein bisschen Neonfarben. Finde ich ganz lüblich. Und weißen Schlitzen. T-Shirts halt, ne? Dann war im Angebot für 3,99 Euro ein Langarmschild. Das fand ich aber total süß, weil es hinten länger geschnitten ist. Und es ist einfach schlicht. Und ich finde, sowas findet man sehr selten für Kinder. Und für 3,99 für die Pauline noch ein Lindfarbenes T-Shirt mit so einem Blumendruck an den Ärmeln. Das sind die 4,90 Euro Kleider. Ja, Mama ist hier. Ich finde die Muster immer so klasse. Das ist eigentlich von 8-10 Jahren. Aber Leona ist halt ein großes Mädchen. Einmal dies mit dem Blumenmuster. Für Pauline dieses hier in blau. Ich liebe dieses Muster. Dann habe ich für beide Mädels mitgenommen dieses Muster. Also das habe ich auch nochmal für Leona in groß. Blümchen! Dieses hier für Pauline mit den Bienen und den Schmetterlingen. Und das ist mein Highlight irgendwie. Eigentlich mag ich keine gelben Kleidungsstücke. Alles gut, Schatz? Mama kommt. Aber das mit den Schmetterlingen ist der Hammer. Ich finde, gelb steht Pauline so total gut. Dann habe ich mitgenommen für die Leona eine Hotpan. Ich habe keine Chance. Dann muss Mama jetzt ganz viel zerstören. Wenn ihr mich überhaupt hören könnt. Das geht den ganzen Tag übrigens so. Dann habe ich eine kurze Shorts für Pauline mitgenommen. Guck mal, wie niedlich ist das bitte. Schmetterling, voll süß. Willst du vielleicht mit der Käppi spielen, Frieda? Guck mal, die passt dir auch schon. Cool! Dann habe ich eine leichte Jacke für Pauline gesucht. In so einem Jeans-Look. Und drin gestreift, auch in der Kapuze. Für die wärmeren Sommertage. Ja, also lasst euch von dem Kreischen nicht stören. Das ist einfach jetzt die Phase. Dann habe ich mitgenommen für beide einen Badeanzug. Die haben beide den gleichen in so Marine gestreift. Finde ich total schön. Achso, dann habe ich zugeschlagen für Frieda kurze Bodies. Also Bodies mit solchen Spaghetti-Trägern für den Sommer. Das sind mal 3 für 2. Für Leona und für die Pauline. Auch dieses Angebot 3 für 2. In verschiedenen Seins. Lichtschwarz, Blümchen, Grau. Das sind halt alle diese Basics. Da habe ich richtig viel mitgenommen. Kurzarm, gestreift, Aprikot. Partner-Look für beide. Das fand ich übrigens sehr süß, dieses Blumenmuster. Und so ein bisschen was gepunktetes mit Herzchen. Für beide Mädels Shorts mitgenommen. Solche ganz bequem für den Sommer. Die tragen die lieber als die Jeans-Shorts. Ich habe mir ein T-Shirt mitgenommen. Einfach grün mit Los Angeles drauf. Das Kleid habe ich noch für Leona mitgenommen. Sie liegt ja Regenbogenfarben. Du Schatz, was machen wir jetzt? Sorry dafür, dass es so chaotisch gerade war. Nein, nicht die Tüte in den Mund. So, ich melde mich gleich wieder. Eure Haare, wenn die Maus mich lässt. Herzlichen Glück zum Geburtstag, Pauline. Ja, das ist für dich. Hoi. Hoi. Komm. Oh, ein Backaboo. Backer. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns in der Küche. Im Küchenchaos schlechthin. Ich bin nämlich schon dabei, Kuchen zu backen. Und ich war auch eben kurz mit euch im Edeka einkaufen. Ich zeige euch das eben einmal schnell. So, ich bin gerade im Edeka. Und ich muss noch die Sachen für Paulines Geburtstag kaufen. Heute kommen alle, Familie, Freunde, Partner. Es wird richtig voll heute. Und deswegen Grillfleisch kaufen bei dem schönen Wetter. Ihr könnt sehen, es ist so hell. Richtig schön. Es soll heute 26 Grad werden. Und ich bin gerade im Edeka und werde jetzt hier erstmal einkaufen gehen. Ich habe erstmal einen Wagen. Ich habe, Gott sei Dank, noch 1 Euro in der Tasche gehabt. Jetzt hätte ich mir keinen Wagen ziehen können. Ich mache heute eine Torte für Pauline. Und zum zweiten Geburtstag gibt es mehr Jungfrau. Und ich muss ja ehrlich sagen, das ist gar nicht so einfach ein Motto zu finden, wenn wir schon so viele Geburtstage hatten. Aber ich glaube, mehr und Frau ist ganz cool. Und dann mache ich noch, also wir grillen. Ich mache einen großen grünen Salat mit Fetakäse. Genau. Oliven brauche ich. Genau, der Stand jetzt gerade ist, das ist gleich 10. Und ich habe meinen Erdbeerkuchen schon fertig. Der sieht so aus, ganz klassisch. Für den Familiengeburtstag heute mit Vanillepudding drunter. Der Alex lernt für seine Schule. Ich habe noch weiße Tischdecke gekauft. Das ist so ein Papiertischtuch. Das finde ich immer ganz schön. Weil die Pauline hatte noch keinen Kindergeburtstag. Aber die ganze Familie, Freunde und Paten kommen. Und deswegen kommen glaube ich schon 12 Erwachsene. Dementsprechend Fleisch habe ich eben noch eingekauft. Das zeige ich euch. Das habe ich euch glaube ich nicht gezeigt. Hier ist Fleisch. Und da oben sind noch Würstchen. Und für Pauline wollte ich einen kleinen Kuchen machen. Himbeerkreme. Hier drin befindet sich die Vanillecreme. Und dann mache ich da weiße Fondant drauf. Und eben schon gezeigt, Meerjungfrau. So. Da ist der Vanillepudding. Ich habe noch Ziziko-Sterne-Konfetti gekauft. Falls ihr euch gleich auf den Tisch verteilt. Türkise Servietten. Ich habe noch blauen Fondant mitgebracht für Paulines Namen. Und Geburtstaskerzen haben wir sogar noch von Leonas Geburtstag. Luftballons. Wir machen das gleich alles schön. Ich nehme euch ein bisschen mit. So. Eine Stunde später. Ne? Wie sie guckt. Ich bin fertig mit dem Kuchen. Ich kann es einfach nicht. Aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Torte. So sieht der Kuchen aus. Meerjungfrau. Mit Pauline draufgeschrieben. Ein paar Muscheln drumherum. Ja. Ich bin nicht so der Meister in so kreativen Sachen. Aber es kommt ja darauf an, dass ich das selbst gemacht habe. Mit ganz viel Liebe. Da ist es egal, wie es aussieht. Ich glaube, man erkennt, dass es eine Meerjungfrau sein soll, oder? Wenn ihr einen guten Backkanal sucht, kann ich euch Backlounge empfehlen. Und wer richtig gute Torten macht, ist Nicole Zuckerwerk. Schaut da gerne mal vorbei. So, meine Lieben. Ich melde mich zurück. Es ist kurz vor 4. Genau. In einer Stunde kommen die Gäste. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe mir auch schon hübsch gemacht. Schön sommerlich. Das Oberteil ist von Zara. Ich habe jetzt hier das Buffet aufgebaut. Da könnte sich jeder selbst bedienen. Dann habe ich den Tisch gedeckt. Hier ist mein Konfetti. Ganz gemütlich. Pauline packt gerade noch Geschenke aus. Alex bereitet den Grill vor. Sie hat ein Spiel bekommen von Fuchs und Kiwi. Mein Tier zu mir, heißt das. Und damit spielt sie gerade ein bisschen. Noch nicht richtig, aber sie puzzelt. Ich zeige euch dann heute Abend, glaube ich, noch die Geschenke. Alex räumt noch auf. So, Mozi. Noch mal ganz doll. Das kann sie niemand angeben. Super. Super. So, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist der nächste Tag. Und ich wollte euch noch schnell die Geschenke zeigen. Genau. Es war gestern Abend spät geworden. Wir haben hier alles aufgeräumt. Dann war es das auch schon. Ich zeige euch die Geschenke jetzt von Pauline. Von Linda, der Patentante, hat sie das Pepper Woods House bekommen. Pepper Pig. Richtig, richtig cool. Ich bin gespannt. Sie liebt ja Pepper Woods. Das werden wir nachher mal aufbauen. Dann hat sie von Verena ein süßes Kleid bekommen. Von H&M. Guck mal, ist das nicht süß. Richtig niedlich. Dazu eine Leggings, glaube ich, hat sie gesagt. Ein weißes Shirt und ein Leggings bestimmt für drunter. Dann noch mehr Sommerkleidung. Dann hat sie zwei Bücher bekommen. Von uns hat sie das hier bekommen. Der Bagger von zwei bis vier Jahren. Wieso, weshalb, warum. Ich liebe diese Bücher. Die kann man nämlich aufklappen und ganz viel entdecken. Und dann mein Soundfahrzeuge. Ja, Pauline liebt Fahrzeuge, wie man merkt. Süßigkeiten. Ein kleines Kuscheltier. Eine Happy Birthday. Süßigkeiten-Sorte. Noch mehr Kleidung. Und jetzt kommt das Highlight, glaube ich, von Pauline. Ihr eigenes Mikro in rot. Jetzt können die Mäuse zusammensingen. In Leonas Geburtstagsvideo sieht man das auch. Allerdings in einer anderen Farbe. Und sie hat sich so mega darüber gefreut. Ich mache gerade ein paar E-Mails und trinke einen Kaffee. Alex lernt wie jeden Tag ganz fleißig. Dann hat sie von uns noch diesen Bagger hier bekommen zum Spielen. Den findet sie auch ganz toll. Wie schon gezeigt. Dieses hier meint hier zu mir. Und noch ein großes Geschenk draußen. Der steht da bei der Wäsche. Der Bagger für den Sandkasten. Der ist total cool. Der ist, glaube ich, bis 80 Kilo belastbar. Auf jeden Fall kann man sich da draufsetzen und dann baggern. Sie steht da voll drauf. Den hat sie von Oma und Opa bekommen. Das ist richtig toll heute. 26 Grad. Ups, was ist denn in Isabel passiert? Ich habe mich gerade ein bisschen hergerichtet. Weil ich für dieses Video noch ein Thumbnail gemacht habe. Mit den Geschenkboxen. Deswegen dachte ich mir ein bisschen hübsch aussehen. Und der Alex ist gerade mit Pauline draußen. Die Kuscheln voll süß. Ich zeige euch das mal. Die Geschenke habe ich euch ja heute Morgen gezeigt. Jetzt genießen wir einfach den Tag noch draußen im Garten bei dem tollen Wetter. Hallo. Hallo. Sieht gemütlich aus. Ist es auch. Esst ihr auch Schokolade da drin? Ich weiß nur knistern. Voll heim, nicht? Das ist richtig. Die Wäsche müssen wir noch reinhängen, ne? Ich laufe hier schön mit weißen Socken. Von Rasen. Das ist die trocken. Ich habe die Krabbeldecke von Frieda mal gewaschen. Das ist trocken. Die waren nämlich voll mit Brei und so. Ich habe euch ja schon erzählt, dass wir grillen wollen. Das haben wir gemacht. Und ich würde mich jetzt auch an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe es war nicht so durcheinander, weil ich so über mehrere Tage gefilmt habe. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ich würde sagen bis bald. Boah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.